wie sie vielleicht dieser tisch hier besser ist ja ich werde diesen immer probleme mit diesem maschinengewehr ist nicht bequem zu tragen ist bequem zu viel alkohol bestellt aber nicht geendet die stuhl die stuhl die stuhl man muss sich natürlich selbst holen aber zum teufel wirklich hungrig das wenig natürlich auf einem anderen tisch ziemlich schwer wenigstens die speise karten sehen gut aus aber ja die sehen gut aus aber nichts ist auf deutsch erklärt wieso könnte ich wissen was kolonka sie ist oder was ich die muss begersten kenne ich aber wie groß ja das ist eine art der sauerkraut aber wenn ich mich nicht ihre aber auch kann etwas auf deutsch erklärt sein bitte das werde ich nie verstehen wir sind hier fast die feudale senioren wir könnten manche mittelalterliche privilegen der adel der adeligen hier vorschlagen und aber die sind die polen also die die polen uns uns okkupanten behandeln wie sklaven das ist wirklich aufregend dass das kann nicht so sein dann